Hallo? Willkommen im Maschinenraum. Darf ich Sie lupfen? Ja. Ich sehe und höre von dir, dass du etwas schüchtern bist oder liege ich falsch? Ja, schon bist ich. Für eine personalisierte Empfehlung brauche ich noch weitere Informationen von dir. Ja. Bist du aus Bremerhaven? Ja. Das sind meine Empfehlungen. Natürlich schicke ich dir eine Broschüre per E-Mail aufs Handy, aber vorher brauche ich deine E-Mail-Adresse. Ja. Weiter. Möchtest du ein Selfie mit mir machen? Ja. Nice. Dann biete ich dir eine Seite neben mir an. Eins, zwei, drei. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Only die E-Mail-Adresse. Ich bin ein. Die E-Mail-Adresse. Ja. Ich bin ein.